Ich heiße Sedem Tahar Shishman, ich bin 16 Jahre alt, ich spiele normal auf dem linken Flügel. Meine bisherigen Vereine waren TSV Bergheim, TV Nellingen, TSG Esslingen, VfL Kirchheim, SV Vellbach und jetzt bin ich hier beim FC Esslinge. In meinem FIFA nehme ich immer die Mannschaft, in der Ronaldo spielt und Trabzansfors. Meine persönlichen Ziele sind, in der türkischen Mannschaft mal aufzulaufen und eigentlich Fußballprofi zu werden. Was sind die Ziele mit deiner Mannschaft? Den Klassenerhalt zu sichern.